Ich habe noch eine Kreuzung der Lehlinien entdeckt. Natürlich hast du das. Sie sollten durch dieses Tor marschieren, über dem Pfad der Seelen und von dort... Die ganze Welt. Die Crowds haben das Tor direkt über dem Spalt aufgebaut, der tiefer in die Pyxis hinabführt. Also müssen wir euch zuerst heil da durchbringen. Wenn ihr hier rauskommen wollt, müsst ihr euch mit Lichthammer anlegen. Ihr seid wirklich nicht zu beneiden. Hallo, willkommen zu Let's Play Cleave Barker's Jericho. Mit mir, Fragoggi. Ich habe mich dazu entschieden, einfach mal von hier wieder zu starten. Genau, um wieder ins Spielgeschehen reinzukommen. Äh, ja, schauen wir mal, wo waren wir denn hier? Oh, fuck. Ja, ist ein bisschen nachzuholen, aber egal. Da kommen sie. Er ist erledigt. Es geht einfach direkt los. Fett Action. Und da. Bitteschön. Äh, der ist down. Und der auch, aber wow. Wow, 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 wow. Äh. Was rennt ihr auch alle vor, Mensch? Vor allem du. Du Mönch. Wow, fuck. Es war ganz lustig anzusehen, aber... Bla, bla, bla. Ich halte einfach mal drauf. Wow. Fuck. Shit, 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 shit. Äh. Ich komme einfach mal von hinten. War gut. Yo. Und du? Willst auch noch verschwinden. Gott sei Dank. Krass aus Scheiß. Ähm. Church. Warum nicht? Na gut. Auf geht's, Leute. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Sir. Cole hat's erwischt. Das war mein Führer, Sir. Ich wollte ihn eigentlich nehmen, ja. Aber irgendwie hier hätte es doch hin sollen, nicht? Keine Ziele mehr in Sicht, Sir. Jo, ist gut. Ihr habt's ja erledigt, Mann. Nur wollte ich hier verkacken tu. Shit. Hahaha. Ja, gut. Ich glaube, ich gebe mich dem Schicksal hin. Ich spiele besser mit Black. Ja, mit der habe ich's auch drauf. Gut. Stehen bleiben, Leute. Verstanden. Da ist noch einer. Äh. Warum hast du jetzt nicht geschossen, bitte? Die Kiste ist da umgegangen. Wir haben Verluste. Shit. Können wir den mal... Ich weiß nicht, was die Leute da falsch machen, aber sie krepieren und sie heilen sich. Ja, ist gut. Sie heilen sich selbst nicht. Nicht. Wollte ich sagen. Ich glaube, ich kläre mal ein bisschen auf. Ah, da unten hocken sie. Die Ollen. Oh. Und nochmal. Äh. Das Gelände ist zu mächtig für uns. Ah. Jetzt habe ich's durchgetroffen. Ich schieße einfach mal so. Und durch und durch. In your... Face. Ähm. Hier ist es in Ruhe. Mensch. So. Drüber. Action. Abspackung. Oh, wo ist das? Oh, wo? Ach, da hockt er. Mensch. Ähm. Delgado. Hast du cool gemacht. Muss ich ihm lassen. So. Hatschot. Hatschot. Oh, jetzt. Das war einfach. Gut. Wenn ihr das so einfach fandet, ja, war es ein bisschen. Man muss echt aufpassen. Die Leute dürfen nicht krepieren, sonst kann die Spielsituation von dem nächsten Moment in den anderen Moment total ausarten und schlimm werden. Das meine ich eigentlich damit. Kisten! Gut. Euro-Paletten! Oh. Cool. Das ist gefährlich, du! So. Das ist meine Aufgabe. Jetzt ist das Fass umgefallen. Mann! Stell es wieder auf. Stell es auf. Stell auf, habe ich gesagt. Sieh sich mal einer dieser Uniformen an. Aus welchem Jahr seid ihr nochmal gekommen? Oh, der ist hoch! Komm schon! Black! Ja, ew! Oh, komm! Black. Tu es. Tu es, Black. Wollt ihr jetzt aufstehen? Ich mach das jetzt. Hört ihr das? Klingt, als könnten die Wände sprechen. Ich höre nix. Sie sprechen definitiv. Haha. Shit. Ich bin zufrieden. Tolles Stillleben. Gut. Genug Faxen gemacht. Ich... Danke, Darling. Hab dich gesehen. Und dich da hinten auch. Feinde in sich, Sir. Ähm... Irgendwie interessant. Äh... Die Schussverzögerung ist... ...ganz cool. So. Äh... Ich lasse euch nicht zum Schuss kommen. Das ist klar. Ich bin der... Ich bin der... Scharfschütze. Feindgesichtet, Sir. Ah, jetzt kommt das. Okay, passt. Ich verstecke mich. Jones, wir brauchen dich. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Komm schon. Schnapp es dir. Dieses Vieh. Da ist es doch. Und jetzt hier. Auf den Dinger hier. Ist tot. Hoffe ich. Wow. Ihr Yankees mögt es nicht gerade dezent und unauffällig, was? Jetzt haben wir gleich sämtliche Krauts aus der Umgebung am Hals. Ehemalige Krauts. Freunde neutralisiert. Halt dein Grusch. Church. Ist gut. Ja. Aber ich... Ich finde es so blöd. Mann. Dieses Spiel, das ist... Das ist nicht so dafür gemacht, zu... Let's Play zu werden. Kommt ihr? Gut, dann nicht. Ich glaube, wir brauchen eine neue Taktik, Freunde. Eine Gruppe sollte die Verfolgung von Lichthammer aufnehmen, während der Rest von uns ein Ablenkungsmanöver startet. Okay. Church, Rawlings und Cole verfolgen Fräulein Lichthammer. Der Rest von euch bleibt hier und führt ein Ablenkungsmanöver durch. Jo, ist gut. So. Aha. Das ist mir erst mal Wurst. Ich will was trinken. Es hat über die Brille ins Auge gespritzt. Ah. Ich liebe sowas. Sowas geht doch nicht. Pardon. Moment. Das mache ich ja nicht so oft. Ich spack nur rum, weil die Webcam an ist. Während ein Teil des Jericho-Teams mit der britischen Kommandotruppe zurückbleibt und ein Ablenkungsmanöver startet, dringen Rawlings, Church und Cole in Lichthammer zur Steck ein, um herauszufinden, wie sie durch den nächsten Spalt gelangen können. Wow, wow, wir wären schon erwartet. In your face. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich bin gut. Da vorne sind Kisten. Verrecke. Jetzt höre ich die Wände sprechen. Ich bin aber dafür, dass hier für Cole, ähm, Moment. Das soll kein Wirkungsgrad sein, sondern ein Fernzünder. Sonst haben wir hier Probleme. Ich sollte auch gucken, dass ich viel mit dieser Zeitlupen-Modus, kacke, bla, habt ihr nicht gesehen. Arbeite, ihr könnt kommen. Sollten wir nicht eigentlich die Welt retten? Kommt schon, Leute. Ich bin dabei. Mensch, nicht hetzen. Rome wurde auch nicht in eurem Tag gebaut. Ich stelle ich hin. Und, oh, ich komme nicht mehr hin. Egal. Oh, vielleicht doch, wenn ich das hier mache. Doch, nicht. Gut. Äh, du, dass wir da aufstehen. Stehst du? Cole? Ja, sie steht. Und, oh. Oh. Abspackung? Ich bin allzeit bereit, Süßer. Was, oh Gott. Was machst du mit der, mit dem Fass? Oh Gott. Und, was für Zitate. Herrje. Ich bin allzeit bereit, Süßer. Und hockt auf dem Fass drauf. Igitt! Stell dich auf. Passt. Gut. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Auf das ich wanderte im finsteren Tal. Pssst. Teil dir Sicht. Nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Der ist weg. Gut. Äh, den habe ich... Den habe ich nicht ganz unter Kontrolle gehabt, weil, äh, solche Fuchtelmänner, die kann ich ja gar nicht leiden. Äh, nachladen, bitte? Okay. Bisschen voll. Gut. Das überlege ich noch. Aha. Da ist noch einer. Granate im Anflug. Die Europa-Lady. Aktiviere Zeitschleife. So, du verreckst, du scheiß Vieh. Du lässt George in Ruhe, dass das klar ist. Ich bin unser Beschuss, Sir. Vorsicht, Granate. Wow, 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 wow. Hey. Last George in Ruhe, die Gute. Ja, Metzli nieder. Ist er tot? Ja. Fuck. Vorsicht, Granate. Vorsicht, Granate. Shit, 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 shit. Hat doch gesagt, ich erledige das. Vorsicht, Granatenangriff. Vorsicht, Granate. Verrecke, du elendiges Drecksvieh. Mann. Hast dir ganz schön Zeit gelassen, was? Zu dritt muss man sich wirklich hüten vor diesen Viechern. Ach. Boah, wie sie leuchten aus den Augen. Das erinnert mich irgendwie an die Hellgast. Wer von euch kennt die? Das wäre ja richtig cool, wenn ihr die auch kennt. Abspackung. Okay, hier geht es nicht weiter. Ja. Ah, hier sieht es gut aus. Wow, fuck. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Ja, schnell wieder heulen, den Guten. Hast dir ganz schön Zeit gelassen, was? So, jetzt habe ich immer Rollings. Warst das? Waren das alle? Schnauze. Statt den erst mal aus mit der linken Hoffnung, mit Glaube, bekommt Fragment. Alles nachgeladen, passt. Fass steht. Alles ist gut. Wartet hier. Los gehen wir. Ich folge, Sir. Mein Name ist Alucard, zuständig für die Müllentsorgung. Wartet hier. Okay. Fuck. Jesus, Rollings. Fuck, fuck, fuck. Heil den Mönch. Danke. Nein, 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 nein. Wo? Schnell, 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 schnell. Rennen. Zeitschleife aktiviert. Vorsicht, Granate. Pater Rollings ist schwer verletzt. Wir werden beschossen. Pater Rollings ist schwer verletzt. Pater Rollings ist schwer verletzt. Ganz ruhig, Cole. Checkt die Lage. Church hat's erwischt. Pater Rollings ist schwer verletzt. Sind beide tot? Pater Rollings ist schwer verletzt. Fuck, 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 fuck. Verrecke. Aktiviere Zeitschleife. Du Drecksvieh. Oh, oh. Church hat's erwischt. Jesus. Wow, wie ist das denn passiert? Seid ihr alle okay? Puh. 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 Wasser. Leute, fuck. Puh, war ich gerade aufgeregt. Liegt nur daran, dass ich kein Licht habe. Herrje war das gerade haarscharf. Um Horace Bride wären wir hier echt verreckt. Ganz locker. Stehen bleiben, Leute. Okay, geht klar. Wow, fuck. Wow, fuck, das schreit ja förmlich nach. Hanne Lichthammer. Wo wartet sie? Zeitschleife aktiviert. Kurz gedacht, da kommen jetzt die Gegner. Ist nicht so. Wo ist sie? Bist du gekommen, um dich uns anzuschließen? Wir freuen uns immer über Frischfleisch. Besonders, wenn es von einem Mann Gottes kommt. Wie ist es heute um dein Glauben bestellt, Pater? Ich möchte mit dir reden, Hanne. Nur wenn du auf Knien darum bittest. Ich komme nicht, um zu bitten. Aktiviere Zeitschleife. Ich muss die Minen aktivieren auf Wirkungsgrad. Ich glaube, ich weiß, wie ich sie aufhalten kann. Ich warte nur auf deinen Befehl. Okay, interessant. Wir müssen nur gegen sie kämpfen. Okay, was machen die Fliegen? Warte nur auf deinen Befehl. Okay, ich glaube, ich muss zur Church wechseln. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Fuck. Cole, wir brauchen dich. Shit, 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 shit. Shit. Fuck, 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 fuck. Ich muss die zwei retten. Schnell, roll nix, roll nix, roll nix. Wow, 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 wow. Lass den coolen Walter, äh, Paul, in Ruhe. Wow, Hanne. Lichthammer. Shit. Ich weiß, wie ich sie aufhalten kann. Ich warte nur auf deinen Befehl. Wir haben sie gelähmt. Na klar. Und nun? Ihr habt viel von eurem Zuhälter gelernt. So gehorsam. Wo hast du sie nur aufgetrieben, Pater? Ignoriert sie. Ich mache das jetzt schon seit 40 Jahren und nie fällt ihnen etwas Neues ein. Etwas Neues? Wie wär's damit? Die Bluthexe hätte es gern, wenn du sie so richtig durchfickst, wie es ihr Vater getan hat. Habe ich nicht recht? In Ordnung, das reicht. Rettet von dir zurück. Oh Gott. Nominipatris. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Kinderständer. Amen. Ich werde dich verschlingen. Ich werde... kranker Scheiss. Shit. 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 Wow. So sieht's aus, wenn dein Exorzismus falsch, äh, äh, ist oder, oder fehlschlägt. Wow. Sie ist zum Kotzen, im wahrsten Sinne. Hahaha. Das ist nicht wert. Muss es ewig so weitergehen? Nein. 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 Das erklärt, ihren Widerwillen zu kooperieren. Das Tor zur nächsten Ebene der Pixis. Irgendwie hat sie es absorbiert und wurde dadurch selbst zu dem Schlüssel, der den Spalt öffnet. Er ist in ihr drin. Billy, schließ dich den anderen an und hilf ihnen beim Ablenkungsmanöver. Ich werde unsere Freundin hier zum Tor bringen. Woa, fuck. Ich glaube, das trifft's genau. Ich würde mich einfach mal so jetzt verabschieden. Ich lese es mir vor. Äh, Brandenburger Tor. Der Schlüssel, mit dem sich der Spalt öffnen lässt, ist Lichthammers eigenes, abscheuliches Blut. Dieses Blut muss in einem Ritual vergossen werden, damit das Jericho-Team tiefer in die Box vordringen kann. Oder in die Pixis, wie sie sie nennen. Huh. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn sie da heißt Let's Play. Cleef Park aus Jericho, mit Miofrogogi. Allrighty dann!